Mit der Hauptfigur unserer heutigen Sendung, meine verehrten Zuseher, begeben wir uns nach Japan, nach Tokio und in den Nordwesten der Inseln. Wir machen die Bekanntschaft eines außergewöhnlichen Schriftstellers, der uns dieses Land nahe bringt. Kawabata Yasinari, der erste Japaner, dem der Nobelpreis für Literatur zuerkannt wurde, entstammte einer Akademikerfamilie aus der Handelsmetropole Osaka. Dort kam er 1899 auf die Welt, in einer Periode des radikalen gesellschaftlichen Umbruchs, die so recht dramatisch erst drei Jahrzehnte vor seiner Geburt begonnen hatte. Es ist hier nicht die Zeit mehr, als nur ein paar historische Andeutungen fallen zu lassen, aber zum Verständnis für das Schaffen des späteren Nobelpreisträgers müssen wir wissen, dass die traditionelle geistige und soziale Ordnung Japans seit grob 1860 der Herausforderung durch westliche Schlachtschiffe und anderes Kriegszeugs nicht mehr gewachsen war. Das Reich konnte weder seine kulturelle noch seine politische Unabhängigkeit behaupten. So verschwanden nicht nur die stolzen Samurai, als das Land neu geordnet wurde, es knirschte und schwankte auch im ideologischen Überbau. Nicht alle, aber doch sehr viele der seit Jahrhunderten hochgehaltenen Werte mussten umgewertet werden. Empfand die Bevölkerung das als beschämt, als einen Gesichtsverlust? Selbstverständlich. Aber manche Intellektuellen sahen hier auch die Chance eines neuen Weges, der das Alte mit dem Neuen zusammenbrachte und für diese Position steht auch der Name Kawabata. Er zählt zu den japanischen Schriftstellern, die in ihrer Kunst eine Synthese, eine Harmonisierung von klassisch-japanischen und von westlichen Elementen suchten. Schon deshalb lege ich Ihnen, verehrte, zu sehr die Lektüre seiner Werke so ans Herz. Kulturelle Umbrüche darf man sich auch in Japan wie Schlachten vorstellen. Es gibt Sieger und Besiegte, es gibt die Triumphierenden und jene anderen, die sich verletzt zurückziehen. Eine Haltung einnehmen, die wir im Westen salopp mit den Begriffen der Entfremdung, der Vereinzelung, des Ausgeschlossenseins bezeichnen. Für unseren heutigen Autor, für Kawabata Yasnari, trifft dieses Gefühl der Isolation noch in einem persönlich tragischen Sinn zu. Kawabata wurde nämlich bald nach seiner Geburt zum Vollweisen. Nach mehreren Stationen bei immer entfernteren Verwandten landete er 1909 schließlich in einem Internat. Und dort können wir uns den Jungen erstmals als den künftigen Dichter vorstellen. Ein scheuer, ein hochbegabter Einzelgänger, der schon früh beginnt, sein Tagebuch zu führen, indem er festhält, dass er, wie unsere deutschen Romantiker übersagten, der Welt abhanden gekommen, aus dem West gefallen ist. Das kann uns für eine poetische Attitüde vorkommen, der wir als Freunde dieser Sendung schon häufiger begegnet sind. Man zeige uns einen Dichter der Weltliteratur, der sich früher oder später nicht als Außenseiter, als Ausgestoßener präsentiert. Ausgestoßen, von der Familie zurückgewiesen, von der Frau, dem Mann, den er oder die, die er erfolglos begehrte, einsam in einer Runde von Fremden, vielleicht sogar von Freunden. Isolation, die Rolle der Randfigur, ist sozusagen eine zentrale Geschäftsbedingung dieses Gewerbes. Kawabata Jasnare ist aber schon deswegen eine berührende Ausnahmeerscheinung, weil seine Haltung frei ist von jeder Pose, erst recht von jeder Weihnachtlichkeit. Kawabata begriff sehr früh, dass es, nur ein Beispiel, intellektuelle Berührungszonen zwischen westlichen und östlichen Erfahrungen der Vereinsamkeit, der Entfremdung gab. Zonen, in denen moderne Begriffe des westlichen Denkens, Positionen bezogen, die ganz nah an klassischen fernöstlichen Überlegungen lagerten. So eignete sich der spätere Nobelpreisträger schon in einigen seiner ersten Schriften den buddhistischen Begriff der Lehre, des noch nicht bezeichneten, des idealerweise ohnehin nicht darstellbaren, als einen Teil seines schriftstellerischen Programms an. In der von Kawabata vertretenen Deutung des Zen-Buddhismus herrscht ein Bilderverbot, das uns an den Islam erinnern könnte. Nur geht es im buddhistischen Fall nicht um ein mit Strafen sanktioniertes Verbot des Bebilderns. Es geht vielmehr um eine Technik oder sagen wir ruhig um die Kunst des Weglassens, des Zulassens der Leere, der Stille, des fast spurlosen Verschwindens eines Objektes. In der Malerei ist es genauso so wichtig wie in der Dichtkunst oder in der Musik. Eine Fläche wird nicht bemalt, eine Seite nur angeschlagen, eine Geschichte nicht zu Ende erzählt. Der Verzicht wird zum Stilmittel. Das ging jetzt selbst für mich, verehrte Zuseher, ein wenig zu flink ins Abstrakte. Lassen Sie mich daher versuchen, den Gedanken an ein paar Beispielen aus dem Werk von Kawabata Jasnari fassbar zu machen. Ich Ihnen nur drei Buchtitel nenne. Schneeland etwa, auf Deutsch im Jahre 1957 erschienen, davor Tausend Kraniche und ein Kirschbaum im Winter. Dann fällt zunächst die wiederkehrende Heraufbeschwörung der Farbe Weiß ins Auge. Weiß wie der Schnee, wie die Federn des Kranichs, weiß ein wenig auch wie die Blüten des Kirschbaums, die allerdings schon ins Rosa spielen. Im japanischen, in einem buddhistischen Kontext deutet Weiß auf Trauer, auf Verzicht und auf Vergänglichkeit, auf Tod, aber damit auch auf die Möglichkeit der Wiedergeburt, des Überwindens. Weiß, wenn wir das jetzt sehr symbolisch, sehr stark symbolisch deuten, führt an den Rand der Existenz. Kawabata erzählt in seinem Roman Schneelandschaft die Geschichte eines nicht unvermögenden Mannes aus Tokio, der seinen Winterurlaub im Norden des Landes verbringt, in einer Region, deren Landschaft vollständig von Schnee bedeckt ist. Sein Winterurlaub im Schnee gehört in Japan, wie bei uns, auch die heimliche oder manifeste Erwartung eines erotischen Abenteuers. Schnee stimuliert, reizt die Sinne. Unser Held findet seinen Traum gleich doppelt erfüllt. Einmal durch das junge Mädchen Yoko, zum anderen durch seine Begegnung, genauer seine Wiederbegegnung mit der Geisha Komako. Diese Frau liebt unseren Helden mit einer Inbrunst, die, wenn ich das mal so zynisch sagen darf, für ihren Berufsstand nicht vorgesehen ist. Man darf sagen, sie verzehrt sich vor Liebe, verzehrt sich wie ein Feuer. Am Ende des Romans ludern dann auch tatsächlich sehr dramatisch Flammen aus dem oberen Stockwerk eines Gebäudes. Bei diesem das Leben bedrohenden Feuer geht es nun um die Farbe Rot, die Farbe des Lebens und der Leidenschaft, die dem Weiß diametral entgegengesetzt wird. Klingt das jetzt nach Scherenschnitt, nach sorgsam ausgetüfteltem Bühnenbild, nach symbolischem Arrangement? Wenn ja, dann liegt das an meiner kruden Zusammenfassung. Sie werden nämlich, verehrte Zuseher, schon beim ersten Satz des Romans, der fast lakonisch feststellt, dass unser Held am Ende einer Zugreise nach Durchquerung eines Tunnels in einer Schneelandschaft angelangt ist, an einen ihnen sehr viel vertrauteren Autor denken, an Thomas Mann. Dessen Zauberberg vermittelt uns ja in Davos, in den Schweizer Alpen, ein vergleichbares Ambiente von aus der Welt befördert sein. Und auch in diesem Roman spielt ein Autor, spielt eben Thomas Mann, sehr nachdrücklich mit den erotischen Konnotationen, deren solches Naturerlebnis heraufbeschwört. Ich habe Ihnen, verehrte Zuseher, gerade den Vergleich zu Thomas Mann auch deswegen nahegelegt, weil wir mit Kawabata Yasnari und Thomas Mann gleichsam zwei gegensätzliche Erzählformen in Rheinkultur vorliegen haben. Thomas Mann, der in der Tradition der westlichen, selbstverständlich auch der russischen Prosa steht, erzählt seine Geschichten minutiös aus. Jedes Detail wird mit großer Liebe und mit großem Sachverstand gewürdigt. Und wenn dieser Auto einen Knoten schürzt, dann darf der Leser erwarten, dass die Verwicklung im Fortlauf der Geschichte auch wieder entwirrt wird. Dem Japaner Kawabata geht es aber darum, die Verwicklungen, die Widersprüche, die Knoten gerade nicht zu lösen. Er belässt sie in ihrer bedrohlichen Rätselhaftigkeit. Und wo Thomas Mann einen Roman gleichsam von der ersten bis zur letzten Zeile strengst durchkomponiert, bricht der Erzähler Kawabata seinen Vortrag schlicht ab, beginnt ihn wieder an einer ganz anderen Stelle, verhält sich, wenn Sie so wollen, multiperspektivisch und nicht zentralperspektivisch. Wenn Sie mir ein vielleicht überprinziertes Bild gestatten, Thomas Mann nimmt in seinen Werken die Rolle des Gastgebers ein. Kawabata ist der Gast, der dazu noch auf verschiedenen Plätzen sitzt. Und so können wir Leser immer nur vermuten, wie sich denn jene Geschichte im Schneeland wirklich abspiehte. Ist nun jene Szene am Ende des Romans, in der das Mädchen Joko aus dem brennenden Haus springt und in den Armen der Gescher landet, ist es ein realer Vorgang oder handelt es sich doch um einen fürchterlichen Traum, um eine Vision. Wie gerade eben gesagt, der Verzicht auf das deutlich Ausgesprochene wird zum Stilmittel. Das Nicht-Erzählte erweckt die Neugier auf die Möglichkeit des vielleicht ganz anders zu Erzählenden. Das Ende ist offen, es liegt in der Fantasie der Leser. Das bedeutet und keineswegs, dass der Autor nicht erkennbar wäre. Selbstverständlich setzt Kawabata, der verborgene Zauberer, die entscheidenden Akzente. Erzählt uns in immer neuen Einstellungen von einem reichen Mann, dessen Herz sich in einer Schneelandschaft nicht erwärmen kann. Einem Mann, der erlebt, ohne berührt zu werden. Einem Mann, dessen Lebensweg am Leben vorbeiführt. Wie ein Roman auszusehen hat, verehrte Zuseher, das kann Ihnen selbst bei heftigsten Nachfragen kein Fachmensch auf eine auch nur einigermaßen befriedigende Weise beantworten. Irgendwann begreift der Leser, dass es bei dem von ihm betrachteten Text weder um das Genre der Lyrik noch um das der Gebrauchsanleitung geht. Der deutsche Verleger von Kawabatas Roman Schneeland behalf sich einfach damit, dass er die Gattungsbezeichnung Roman auf die Titelseite drucken ließ. Das war nicht direkt irreführend, doch es erwähnt nicht, dass der japanische Schriftsteller seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis fast zu seinem Tod im Jahre 1972 einer von ihm selbst entwickelten literarischen Form der Prosa treu blieb, der er den Namen Handtellergeschichten gab. Handtellergeschichten. Erzählungen auf kleinstem Raum durchzogen von Linien, die das Schicksal ausmachen und, wenn man so will, auf zwei Seiten von Daumen und Finger geschützt. Die Blätter der Lotusblume werden im japanischen gern mit Handtellern verglichen. Und so können Sie sich, verehrte Zuseher, einen Roman auch als einen Teich vorstellen, auf dem zusammenhängend und doch getrennt kleine Welten nebeneinander existieren, anstoßend, aufeinander zutreibend. Manchmal tragen sie eine Blüte, manchmal eben nicht. Auch so können wir uns ein Leben erzählen lassen, ganz anders, zurückhaltend in der Aufklärung, doch keineswegs unzugänglich.